Servus MinoLP ist wieder am Start und vielleicht ist ist euch gerade aufgefallen dass ich MinoLP gesagt denn ich bin jetzt der MinoLP und nicht mehr Elektriker es hat sich jetzt wieder mein Name geändert und so wird er jetzt auch für immer bleiben und das verspreche ich euch hoch und heilig und um das ist wie gesagt mein Name und jetzt erst mal das Intro bis gleich da ist es bloß noch kein Intro das kommt nämlich auch bald und zwar zwischen 5. und 10.7.203 so kommt das Intro hoch also oder auch länger also es kann wird wird immer als hier mein Kopf Let's Play Minecraft neu verfüllen die Falle nicht mein Kopf neu und weil da habe ich auch die da muss die Welt nicht mehr okay ich hätte mir schon mal so etwas erstellt mal geguckt was hier so angeht die Schaffung das ist die Schaffung und da hat es sehr klug also wir machen jetzt neues Let's Play Minecraft aus dem Grund weiß die Schaffung ich bin mann ja hat okay wenn wir auch und die Schaffung ich habe mir das mein Kostor auf der Stelle steht das kommt zu bestellen und er bestimmt auch so krebsfleisch das hat man krebsfleisch und mit folge und ich habe gleich schon wieder okay werden und wird wieder klar ist es hier ich will mitnehmen eh mann wir spielen noch wir spielen mit Optifine und Modloader und Audio-Modell wird die Orte mehr bis jetzt noch nicht aber und auch erst mal nicht so da habe ich mich nicht verkauft die Obsturz kann drei Mal auf Holz geklopft besser für euch auf Deutsch gestellt da war ich normales auf dem Spiel aber ich dachte mir einfach auf Deutsch Themen sind für heute also es hat sich ein Team an aber wir haben heute das System aus wie findet ihr das aus Minecraft Softits wieder die Xbox One verändert hat also ich freue mich eigentlich sehr drüber denn jetzt ist natürlich wie gesagt äh wie wir es praktischer geworden die Xbox wieder man kann jetzt Gebrauchtspiele nutzenehmend und man kann eben Gebrauchtsverkauf und tauschen also man kann machen wie der was man will was ich persönlich sehr gut finde finde ich sehr schön und man muss nicht alle 24 Stunden online gehen ja das ist schon recht angenehm aber jetzt machen wir jetzt erst mal hier ein schickes Schwert um das fette Schwein nachzubringen das Texture Pack äh ich weiß jetzt nicht ganz genau dann machen wir uns auf jeden Fall noch mal Axt ne ne Axt ok so ähm ja genau wie findet ihr sind und eigentlich ist das äh es wird das Mann geschafft dass die Xbox wieder verändert hat ich bin selber sehr zufrieden mit Falle ich hab mir sie auf die V und ich hab die Xbox 360 und damit sehr sehr zufrieden ich hab auch nicht dagegen dass man alle drei Monate oder ein jedes Jahr zahm muss ich muss bleiben und es ist mir so was und relativ alles mehr eigentlich total egal bei Gott es ist nicht viel und das hat und daher ist es erst gesagt auch ja und es sind jetzt auch einfach toll das ist wenn man jetzt nicht mehr Eifel sonst online gehen muss und Gebrauchtsspiel Eifel Eifelsspiel verkauft schon sehr praktisch ja ich mag es ist erst erst in einen Grund weil jetzt die Leute die es gefallen hat tut mir das echt leid und Prozent das wird leider kein das Geschäft zweimal letztlich geben da ich außer den Speichererstand gelöscht habe und somit ist unsere Karriere vom Let's Play weg und es ist dann doch schon relativ schade aber damit deswegen fange ich jetzt wieder mit Minecraft an und auch bald wieder andere Projekte aber noch die Verkundung ja und weise auch werden natürlich natürlich das ist natürlich klar Sommerferien Sommerferien kann jetzt wieder ordentlich aufnehmen hoffe ich dass ich hoffe ich glaube auch er muss er ok wenn sich steigt dann würde man gleich entspannen k das ist sein die nicht mit der Wolle ich bin verrückt geworden als Schaufel ist natürlich nicht Tülich für den Schaufel doch das ist Stein doch schon seit kurzem doch schon so ist ich sag euch dann auf jeden Fall das Texture Pack, das schreibe ich dann unten in die Beschreibung. Und wir werden jetzt erstmal noch ein Stein farmen, um dass wir auch Kohle und alles kriegen und dann werden wir uns auch heute ein Haus bauen. Weil das ist mir für mich auch mal sehr sehr wichtig ein Haus zu haben. Nehmt auch sehr viel Essen eben, das ist eben sehr wichtig. Im zweiten Display wird ein Rise Minimab auch noch dabei sein, aus dem Grund, dass ich mein Haus wieder finde, falls ich mich weiter fern muss, weil es wenig Tiere da sind, oder in der Höhle oder so. Wir wissen das übliche. Und... Zehn Perfekt. Ne. 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 Leitens Münzeck! Bei da ist sie gerade Kohle? Und die möchte ich noch auch Skin undалась. Ne. Aber wir wollen auch in den Str ultimately die Brosse Kohl. Ne. Ne. Altax. Ich haciendo die Brosse hier die Brosse, ich glaube jetzt auch ab rideh incidence here dass der so hätte gesunken werden auch hier besommen. eben zu haben Schaufel na im Endeffekt schon, aber der noch wieder nicht mehr so, finde ich oh, wir haben so viel heute noch ganz schön ich höre mal grad ein bisschen mein Inventar auf ich hoffe, es wird auf jeden Fall nicht so schnell nachts hier oder so so echt schlecht so ich werde die halt nicht wieder mitnehmen so, dann nehmen wir uns mal hier die gleiche Kohle und ja und es werde ich jetzt auf jeden Fall durchziehen, ich sage, ich muss es durchziehen ich will es auf jeden Fall durchziehen ich werde so ein Projekt zu entbringen und hier von einem Mindest ah, eh, nee, das sage ich jetzt ja nicht, ich will sie keine Vorsorge machen und das ist auch nicht so viel weil sie sagt, tausend Folgen aber sowas lieber nicht ich will aber auch schon, ich sage, ich will einfach auch schon, ich will 50 machen auf jeden Fall möchte ich schon machen, aber ich weiß nicht, ob ich es kann so jetzt erstmal wieder ein bisschen Holzfarben ich fühlte mich so gut, gehen wir mal Holzfarben ich bin aber die formt immer schnell also mehr stein brauchen wir auch gar nicht für eine Axt, bin ich der Meinung eh, das geht so schnell bei einer Steinachstern schon, näh okay okay gut um ich hab mal wir brauchen zu uns auf den Berg und dass wir immer einen schönen Ausblick haben wo Tiere sind und mit dem und auch noch auf andere Berge und wandern muss noch aufbauen und das ist es vorher hat mich Tülle ich zuerst so hat die ersten und ohne sind veräuftet und wir werden auf jeden Fall ein automatisch laut automatisch doch automatisch war das ist natürlich auch alles und erst mal eine normale Form denn bis in der Nacht automatisch war Hachautomatik vom haben seit ich doch ein bisschen dauern er ist es interessiert aber man darf er kein Ruhs und ich sicher ist es dann gemacht schnell um Holz die Stadt umwandern das war 26 und 32 Prozent an Schnell ein Bett machen und dass wir jetzt Schnee fertig werden. Jetzt haben wir auch ein Bett, jetzt können wir schnell entstehen. Oh, schon mal noch nicht schlafen. So, hey. Leider habe ich mir jetzt vergessen, Timer mitzunehmen, aber ich glaube, so schnell wie die Zeit auch natürlich auch nicht vergehen. Ich weiß es jetzt nicht. So, jetzt brauche ich mir noch eine Schaufel machen. Oh, reicht der gerade noch so? Cool. Äh, ne, da würde ich schon eine Steinschaufel machen. Wir haben es ja, wahr? So. Ich lasse mal, wir bauen uns einfach hier so ein Haus drauf. Okay, was das jetzt war, weiß ich jetzt auch nicht. Na gut, so wirklich hoch zu verdienen, doch nicht zum Vergleich. Hm, ne. Fühlt mich nicht so schön, wohl. Ja, mal warm nass. Alles uns erstmal... Oh, bitte nicht. Ach, mein Gott, ey. Natürlich. Jetzt mal gleich in Ofen, ey. Warte, ich mach mir jetzt erstmal schnell in Ofen. Ähm, ja. Ne. Mal gleich in Ofen, ey. Warte, ich mach mir jetzt erstmal schnell in Ofen. Ähm, ja. Ne. Mal gleich in Ofen, ey. die Axt bekommen. So, äh. Äh. Äh, warum mach ich mir jetzt in Ofen? Ach so, äh, muss vielleicht mal. Äh, nein. Äh, nein. Mein Gott, wenn ich denn hier so... Schnelle Runde Wurzeln, wie lange hält es? War nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich hätt das mal... Es gibt noch mal Steak. Ja. Rechteewaldsvereinzungen. Mhm, sehr schlecht aus. So, reich perfekt nach der prisoners. Eiterrüstung muss ich jetzt mal sagen. Und deraselbenzüffu da u.a. Unser gutes... Hudderschleine. Schweinefleisch. Kürzelskreis nicht das war es gleich ein Stück so ausreichend dann geht es jetzt erst mal wo er sich nicht wirklich viel besser viel höher und ich glaube und hier habe ich auch einen relativ guten Ausblick würde ich mal sagen aber wie haben wir wenig Bäume finden will ich noch ein bisschen wandern gehen? ja ich bin auf einer Wege noch ein bisschen wandern ich geh jetzt mal so ein bisschen in die Richtung vom Wald also von diesem Schneewald diesen Schneewald Schneewald Orschung nicht Wartenwarten wartet so ich bin doch jetzt noch ab er will ich auch ganz vom Augenblick im Buch so das haben wir schon was mitnehmen so so ich so sieben so ich hoffe mal ich finde Wüste oder sowas oder so ganz normal Wald und normaler nicht so eng so wie der nicht so eng aber nicht Schnee auf Schneewald und Leute die mich kennen wissen dass ich Schnee an und Kohle 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 ich kann jetzt auch erstmal hirn ziehen und dann woanders aus dazu hm was soll ich noch oh ja ein bisschen Kohle zu nehmen und und so so und 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 ist die Türen hat Koppel das war nicht eben vielleicht Liederkollekt in uns zu machen vor allem der Traumkühl der Hamir und zu besitzen zur Rieser für mich bis auf die Lüse Mauer 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 die Sogut Mauer Mauer gleicher mit Brug zieht vielleicht und schickte Kuh ich glaube gut so dass ich lieber doch nicht auf dem Raum verlassen oder doch drüber Sturz also unten aber ich habe so ein Video bekommen so ein bisschen heute ist immer gut ich habe immer sehr gut gebraucht so jetzt esse ich mal lieber wieder so ich bin mal so ein bisschen voll ACH! Scheiße, das ist ja von Rune oder so warum hätte ich mal so was auch haben Prozent 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 so hat man gleich die Dicke Kuh die Dicke Kuh auch wie viel Kürzen nun ist ungenietet Mauer 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 Jürgen sich in den Großen wieder Mauer 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 Jürgen Borer 17 Kuhfarmel Mauer Mauer ich werde sie das war auch schon wieder sieben und zwanzig frei das ist schon mehr als der Volk hier und 15 Lieder hat es wirklich nicht schlicht und die Darunde wird auch und ich hasse und ich habe oder ich verliebe doch hat gereicht er hat mich hat an der Kluft das was halt jetzt so gut das war das so ich gehe mal kurz hier lang ich habe jetzt ehrlich gesagt Unia Schmerz zu versichern Kassel ersten Folgen von Eisen vielleicht besser so so praktische Glückwünsche der ersten folge finden wo schon mal Eisen-Schwetter machen schon locker drin er hat er kommt er noch wirklich der Schwerdaufgabe also Wunder Orsha Mütz er muss ich schon sagen damit auch die Augen auf war und schau wie es leider keine wer sich davon passt los ich habe auch Angst dass sie Schönen lassen vor jetzt mal so fit ganz Klasse so man sich schnell an uns geht jetzt ist es hier wenn so drüben Ruhr ja die sind schicht schicht schick ja so führte sie ist klar Kiesbruch vielleicht zu führen Eingang von Hausauern mit zu und es ist schon nicht gut aus zu trocken schnell die ich schon gesehen und zu mehr fröhlichen Tag und ich glaube für dich jetzt ganz stark schützt das ist jetzt schon so 10 15 so der Bauwälder das ist auch schnell und stehen gestorben orkiesow und und klar sich tausend wir haben es sind meistens fühlen und ich bin der Fiktor bis ich hab um Händigkeit auf folgt steht dabei ist und zu auch vollgestellt aus dem Grund weil ich auch schon was sie mit den Fakten haupt die Späte berauschen Kuhle dabei muss er jetzt haben Prozent Kuhlo also Kursor hatte ich bin jetzt auch noch nie egal wo ich gezockt auch nicht so oder so gezockt hat also Kuhlo so ich werde immer Kuhlo ich glaube ich brauche nur als ich so wie auch ich brauche gleich ich habe schon nur so ich wurde ja ich darf Leipzig jetzt zu stehen Mauer Kieser wo zu Ende 9 9 nur und und ein st St Krii Kriere heißt es jetzt werden Krii 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 einfach mal ganz gut stehen und dann geht das schon wieder oder ich sage wollen wir enden jetzt hier das Let's Play weil irgendwie leckt es gerade heftig und meine FSA ist irgendwie auch gerade extrem ich kann jetzt nochmal ausprobieren nee wir lassen es jetzt hierbei ich bedanke mich für's Zuschauen bis zum nächsten Mal euer Minolp Ciao